Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Angezockt von Street Fighter 6. Ich habe meinen eigenen Avatar erstellt. Ich habe gedacht, es dauert so 5 Minuten, 10 Minuten. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde dran gesessen, deswegen nehme ich das jetzt nochmal neu auf. Ich kann euch das nochmal kurz hier durchblättern. Man hat hier männlich, weiblich, divers und dann halt die Körperform. Dann kann man auch, wenn man die Gesichter hat, kann man ein aktuelles und ein altes Gesichter, also zwei verschiedene Gesichter drin packen und da eine Mischung draus machen. Oberkörper, Gesicht, Kopf, Hautfarbe, du kannst die auch Oberkörper lang machen, Unterkörper kurz oder beides lang und Muskeln und dann nochmal separat und wie sie verteilt sind. Ich würde gerne nochmal wissen, wie ich da unten hinkomme. Ach, da. Ja, so ein bisschen wie Heu, genau. Aber die Kopf, die ist trotzdem ein bisschen klein. Ich habe die so zwischen zwei Sichtern und Akuma habe ich. Also da war so die Sicht hat so ähnlich wie Akuma. So. So. Ich habe jetzt auch eine Trophäe und noch eine Trophäe. Naja, vielleicht doch ein bisschen Falten, wie ich ihn hier machen soll. Die Augen sehen doch ein bisschen starr aus. Da gab es ja Wimpern oben und unten. Boah. Das ist das, was ich immer sagen würde, kannst du woher und tun was, aber... Ich bin sicher... Oh, die Spitze. Und ich habe mein Antuch nicht. Moment. Ich habe hier eine Wohnung über 25 Grad gerade. Ah, ich muss den nochmal ein bisschen anders anpassen. Aber hier hat auch einer Flügel gehabt und sowas. Da hatte ich ja nicht... Ach, okay, alles klar. Wollte gerade sagen, sowas hatte ich ja nicht die Möglichkeit. Ich schwitze. Ich habe noch keine Punkte, aber man kann ja... Ich habe doch vielleicht die Proportionen da ein bisschen falsch gemacht. Da muss ich mir dann nochmal ein bisschen anpassen. Bisschen ab. Das ist halt praktisch alles in der Halle und... Solokampf. Und... ... ... ... ... okay gerade ein fehler passiert bin roteo flogen aber hier ist aber auch viel die jahre wieder mit bei chemie die honda ist auch wieder mit bei blanca genau zusätzliches lotz klubs lotsen coins teuer sind die so so Man kann nur den Stil auswählen. Warum muss denn gleich so komisch aussehen, wie der da steht? Man kann ja nicht die Pommesgabe machen. 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 Man kann ja dann meeting messen. Das kann ja nicht die Pommesgabe machen. Und man kann ja nicht die Pommesgabe machen. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Grundlagen, Zeit zum Lernen, was... Klassisch, modern... Ich will mal modern versuchen... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. 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 Was ist. Das war's. 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 Mist. Das war's. 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 Das war's.